Philips Premium Airfryer XXL Neben den Airfryern L oder XL hat Philips auch das Premium Produkt Airfryer XXL im Angebot. Dementsprechend gestaltet sich auch der Preis. Diese Premium Fritteuse hat ein angegebenes Fassungsvermögen von 1,4 kg, womit auch ein ganzes Hähnchen problemlos reinpassen würde. Über das Quick Control Rad, welches sowohl gedreht als auch gedrückt werden kann, werden sämtliche Einstellungen vorgenommen. Weiterhin verfügt die Fritteuse über eine Warmhaltefunktion. Somit können Speisen bis zu 30 Minuten bei 60 Grad frisch gehalten werden. Im Übrigen lässt sich die Temperatur von 40 bis 200 Grad manuell einstellen. Bei diesem Frittierergebnis kann man nur staunen. Die Fritten waren gleichmäßig braun, knusprig und schmeckten viel intensiver als mit herkömmlichen Fritteusen. Da das Öl fehlt, konnte man hier den eigenen Geschmack der Pommes viel besser wahrnehmen. Besonders überzeugend ist das Ergebnis bei Brot und Brötchen. Die anschließende Reinigung dauert maximal 5 Minuten und kann auch in der Spülmaschine vonstatten gehen. Die Philips XXL begeistert fast wie kaum ein anderes Produkt. Einziges Manko ist der hohe Preis und dass man sämtliche Zubehörartikel, wie zum Beispiel ein Backkit, extra erwerben muss. Wer also wirklich kein Problem mit dem hohen Preis hat und großen Wert auf Qualität setzt, wird hier sofort fündig. Für mobile! Musik 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 Musik